Musik Das heißt, wir sind zwei kieferorthobietische Fachpraxen spezialisiert. Diese Rechtszentrum Nord GmbH ist ein Verbund der verschiedenen IT-Bereiche aus ehemaligen Landesversicherungsangstalten. Ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht und führe hier in Bad Schwartow bei Lübe. Musik Insgesamt sind in 17 Ländern 28 Standorte. So in 78 mehr Ländern liegen zurzeit unsere vertrieblichen und technischen Standorte. Vorteile, also wir sparen Reisezeiten, das Wichtigste aber auch Reisekosten. Der zweite Aspekt ist, dass wir Schulklassen miteinander kommunizieren lassen in Deutschland und Südafrika. Musik Zum einen mal die Beratungsformkauf war sehr kompetent. Dann auch die Professionalität, das Know-how. Besonders gefallen hat mir, dass sie immer sehr kompetente Antworten geben, sehr rasch sind. Und auch dann in der Installation, also hat das immer super geklappt. Musik 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 Musik